Tradition und Inspiration. Unsere Familie ist seit jeher traditionell mit den Früchten der Natur verbunden. Das Wissen der Brennkunst wird seit Generationen leidenschaftlich weitergegeben. Dabei entsteht ständig Neues und lässt erwartungsvoll in die Zukunft blicken. Modernste Brenntechniken geben uns Mut zu experimenten und das besondere Vertrauen in die Qualität unserer Spirituosen und Liköre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017